guten tag an alle front dieses video besagt auf speziellen inhalten das thema über das ich ihnen erzählen werde ist die zahl die das glück in mein leben gebracht hat bevor ich zum wichtigsten teil des themas übergehe möchte ich ihnen etwas über zahlen und die bedeutung von zahlen in unserem leben erzählen wenn wir über zahlen sprechen fällt uns das wort mathematik ein nach dem wörterbuch ist mathematik ein wissenschaft die sich mit zahlen und logik befasst für einige von uns ist es wirklich sehr schwierig aber einige von uns mögen es wirklich das ist für uns alle wichtig dass da es hier da es hilft unsere gestigen fähigkeiten zusammen mit kritischem denken zu verbessern kinder sagen oft ich hasse zahlen und mathematik aber sie wissen nicht wirklich das zahlen in unserem leben will zahlen spielen eine unglaublich wichtige rolle in unserem leben sie umgeben uns überall es ist so alltaglich dass wir es nicht bemerken von unserer geburt an erwerben wir ein rei von zahlen die für uns und wohnbedeutung sind und dann verlassen uns die zahlen nicht wir überwenden sie beim zahlen von objekten gelden 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 zeiten countdown zeiten kalender 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 der tagen vergessen sie nicht dass für viele spezialitäten in sps und der technische nummern entforderlich sind außerdem werden wir beim wählen eine telefonnummer nicht auf nummern wird sich den und messwerte wohnverscheidenen messgeräte ablesen ob wir uns ein sportprogramm ansehen oder lebensmittel in einem geschäft kaufen sprichwörter oder sprüche lassen oder rösel machen zahlen umgeben uns überall ohne zahlen wäre es für uns sehr 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 schwierig und uninteressant zu leben zahlen werden in sprichwörtern sprüchen und rösel gespeichert und ermöglichen es ihnen ihre bedeutung besser zu offenbar 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 obwohl die zahlen vor sehr lange zeit aufgetreten sind trägt ihre reelefanz in der modernen welt zu handeln bedeutung b alle modernen technologien sind mit zahlen verbunden und werden als digital bezeichnet alle diese informationen und sogar musik werden in digitalen format gespeichert das bild ergibt sich aus zahlrechnen studien unabhängig davon auf welchem gebiet es sich befindet sind 10.000 stunden übungen erforderlich um ein niveau zu erreichen das dem eines weltklasse experten entsprichwörtern entsprichwörtern in studien die sich auf komponisten basketballspieler schriftsteller schriftsteller skater pianisten schachspieler hartgesettonen kriminelle konzentriert abend stößt diese diese zahl auf über überraschende regelmäßigkeit 10.000 stunden entsprechen ungefähr 3 3 3 3 stunden pro tag oder 20 stunden pro woche für 10 14 jahre dies erklärt natürlich nicht warum manche Menschen mehr vom unterricht profitieren als andere bischner ist jedoch noch niemand auf einen voll gestoßen in dem das höchste niveau in kürzerer zeit erreicht würde es scheint dass es soll lange dauert bis das Gehirn alle notwendigen informationen aufgenommen hat unabhängige unabhängige von der branche bedeutet dies dass die person nach erreichen von 10.000 arbeitstunden ihr bestes in dieser arbeit gegeben hat aber nach diesem prozess heißt das nicht dass man aufgeben und aufgeben muss sondern trotz aller schwierigkeiten weiter kämpfen muss das glück in dieser branche ob weil unsere ab 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 gebe darin besteht einmal am tag zu aktualisieren können wir viele Dinge tun will mehr erzählen sie den menschen um sie herum von dieser gelegenheit bilden sie ein team wer bringen sie zeit mit ihrem team lesen sie bücher über cryptocurrency mining wer folgen sie die täglichen nachrichten über dieses projekt führen sie wissenschaftlich Forschungen in diesem Bereich durch und stellen sie sicher dass sie schnell 10.000 stunden erreichen und aufgrund dessen sie macht den job hart verwenden sie Licht um den wagen zu beleuchten damit andere ihren weg zur größe folgen können 10.000 symbol sie gibt das wille menschen ihr leben feiern werden menschen in menschen in ihrer umgebung werden zugeschen was sie tun und dank ihnen motiviert sein erfolgreich zu sein nachdem sie diese arbeit ruhig bezahlen haben stellen sie sicher dass sie früher oder später gegenseitigen einfluss sehen werden wenn ich ein bespiel von mir gebe ich habe in acht monaten 2000 erreicht und es es hat mich wirklich glücklich gemacht ich bin sehr froh dass diese zahlen meinem lebens leidenschaft wird vielleicht und ich verabschiede mich von ihnen mit dem wunsch nach ihrer zukünftigen erfahrung dieser gefühle ich möchte ich möchte noch eine letzte Sache hinzufügen hinzufügen es gibt ein video von der für das erreichen von 10.000 10.000 pionier coins ich würde mich freuen wenn sie es auch sehen ich werde ich werde den link in der beschreibung beschreibung belassen dank für ihre auf dank für ihre aufmerksamkeit auf wieder sich zu das es das ist es nicht das ist es sie Vielen Dank.